Depressionen sind ja in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass Menschen niedergeschlagen sind und verzweifelt sind. Aber das Besondere ist auch daran, dass die Menschen erwarten, dass es so bleibt und dass es nicht mehr besser wird, dass die Zukunft als auch nur Negatives bringt. Das sind also negative Erwartungen und die sehen wir wirklich jetzt im Mittelpunkt der Depressionen. Wir wissen auch von Behandlungen, dass auch dabei Depressionen die Erwartung sehr wichtig ist. Wenn wir Therapiestudien machen mit Medikamenten, die gegen Depressionen helfen, sogenannte Antidepressiva, dann vergleichen wir deren Wirkung mit Placebopillen und wir sehen, dass die Placebopille allein schon 80 Prozent der Wirkung von den Medikamenten ausmacht. Das heißt also die Erwartung, ich bekomme ein gutes Medikament, ich bekomme etwas, was mir hilft, reicht schon vielen Menschen, um dann die Depression zu überwinden. Die Forschung bei Depressionen ist momentan insofern sehr spannend, weil wir versuchen zu verstehen, warum reagieren Menschen mit Depressionen nicht mehr auf positive Ereignisse. Auch im Leben eines depressiven Menschen passiert etwas Positives, ein netter Freund ruft mal an oder ähnliches, aber es wirkt nicht mehr. Und das versuchen wir besser zu verstehen. Deswegen versuchen wir auch experimentell zu beeinflussen, wie verändern sich Erwartungen und wie verändert das dann letztendlich die Depression. Und das Hauptziel ist natürlich, durch die Arbeit mit Erwartungen dann den Menschen zu helfen, bei Depressionen dann besser auch Behandlungen hinzubekommen. Letztendlich zeigen unsere Forschungsergebnisse, dass Patientinnen und Patienten viel tun können, viel selbst tun können, um die Behandlungsverläufe zu verbessern. Das erste ist mal, überhaupt wieder sensibel werden für positive Ereignisse im eigenen Leben. Und wenn positive Ereignisse auftreten, dann ist es wichtig, diese nicht abzuwerten, sondern sie wahrzunehmen und sich darauf auch zu konzentrieren. Weil viele Menschen mit Depressionen dazu neigen, zu sagen, ach, das ist ja nicht ernst gemeint, wenn jemand mal nett zu mir ist und ähnliches. Also das nennen wir dann kognitive Immunisierung, dieses Abwerten von positiven Ereignissen als solchem. Dann ist es sicher sinnvoll, Behandlungen anzugehen mit einer gewissen positiven Grundeinstellung. Das kann helfen, das wissen wir, dann sollte man die Chance auch wirklich nutzen, dass etwas Besseres daraus entstehen kann. Und letztendlich kann jeder Mensch mit Depressionen auch selbst einiges dazu beitragen, aktiver sein, wieder mehr Kontakte aufnehmen, sodass Menschen mit Depressionen wirklich auch die Chance haben, durch Eigeninitiative die Depression auch zu überwinden.